Joa Leute, herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video und ich muss euch einfach ein bisschen in dem Video was erläutern, wie es mit meinem Kanal weitergehen wird, ob es überhaupt weitergehen wird, ob es ein Close gibt oder ob ich ein Restart mache, denn in letzter Zeit ist richtig viel vorgefallen und das sage ich ja euch nach dem Intro. Ja ihr wisst ja einfach, dass ich Ewigkeit kein Video mehr gemacht habe und das liegt im Prinzip meistens daran, erstens im Vorrang nicht wegen der Schule, weil ich am nächstes Jahr muss ich übrigens Prüfung schreiben und dieses Jahr muss ich gut abschneiden, erstmal von dem. Und zweitens ist meine Katze vor zwei Monaten gestorben, es war die so ein kleiner Bruder für mich und ich war da einfach die ganze Zeit so am Boden zerstört und ich hatte einfach auf nichts mehr Lust und davor hatte ich irgendwie Minecraft halt so gedacht, was ist Minecraft, macht einfach jeder und ich fand es eigentlich nichts mehr so was Besonderes und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht, dann in der Zwischenzeit ist mir nochmal mein Aufnahmenprogramm abgestürzt, ich weiß nicht ob ich jetzt euch im Hintergrund irgendwas zeigen kann oder nicht, auf jeden Fall ist mir dann mein Aufnahmenprogramm auch noch abgestürzt oder nicht abgestürzt ausgelaufen im Prinzip mein Action, denn ich hatte dann nur die Test, weil ich meine alten Daten nicht mehr weiß, das heißt ich muss zur Tank gehen mit einer Paysafe-Card oder mit Paypal, muss ich mir nochmal schnell was kaufen oder halte die Lizenz nochmal kaufen und mein Camtasia Studio 8, da ist auch die Testversion abgelaufen und jetzt muss ich einfach versuchen, wie ich das Ganze hier hingekriegt im Prinzip, oh jetzt ist was für ein Mikro abgebrochen, na egal auf jeden Fall, wie geht es weiter mit meinem Kanal soll ich ihn schließen oder nicht, ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Videos sehen wollen ein paar haben ja unten schon reingeschrieben in die Kommentare beim letzten Video ja, wo ist denn dein neues Video, wo du gesagt hast und im Titel steht ja öfters Videos ja, steht wirklich im Titel und es tut mir auch wirklich leid, dass ich sowas gemacht habe, weil ich habe wirklich gedacht, in nächster Zeit kommen Videos aber anscheinend ja nicht, ich weiß nicht, ob ich in nächster Zeit des Videos komme, ich warte erstmal auf das Feedback für das Video denn ich glaube, manche Abonnenten oder ein paar Abonnenten sind auch nicht gerade so real bei meinem Account, dass die gebotet wurden von irgendjemand weil, wo ich keine Videos gemacht habe, sind gerade mal 10 oder 15 Leute vielleicht abgesprungen und das kann ja irgendwo nicht mehr sein ich habe natürlich ein paar Kommentare und ein paar auch wieder dazu gekriegt, ich weiß nicht, wie das passieren kann aber auf jeden Fall würde ich mich einfach mal bedanken, dass ihr mich die ganze Zeit lang unterstützt im Prinzip habt die ganze Zeit lang, wo ich noch aktiv Videos gemacht habe und ich würde mir jetzt einfach mal wünschen dass wenn ich weiter YouTube machen will, dass ihr einfach mal den Hashtag mach weiter unten in die Kommentare reinschreibt und ja, keine Ahnung und wenn ich ein gutes Feedback kriege, dass mehrere Leute das einfach schreiben, versuche ich einfach mich wieder zu raffen die ganzen Programme mir wieder neu zu kaufen und dann könnte ich einfach mal wieder weiter Videos machen weil nächste Woche ist Pfingst, Ferien und da hätte ich richtig lang Zeit also Leute, ja, bis dennne, ciao Musik 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 Untertitelung. BR 2018